Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Ökodorf-Podcast aus 7 Wänden. Wir laden dich ein in unser Ökodorf. Hier leben 150 Menschen seit über 20 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Ein gutes Leben, eine gesunde Zukunft ist ganz real möglich. Lass dich anstecken. Mein Name ist Simone Britsch und ich wohne hier. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge Ökodorf-Podcast aus 7 Linden. 7 Linden, das Ökodorf, in dem mittlerweile über 100 Erwachsene und 40 Kinder leben. Es gibt hier mittlerweile viele Häuser, einen Gartenbetrieb, einen Waldkindergarten, Handwerk und einen Seminarbereich. Ja, und ich sitze hier heute im Amphitheater und spreche mit Corinna Felkel, die das Ganze mit aufgebaut hat. Corinna, herzlich willkommen. Du bist hier von Anfang an dabei. Du bist von der Stadtplanung gekommen. Du warst und bist Umweltaktivistin, hast hier viele, viele verschiedene Sachen gemacht in den langen Jahren, unter anderem Vorstandsarbeit, Aufbauarbeit. Du leitest Mediationen, bist Seminarleiterin und ja, du bist auch immer wieder für die Heilung von Mensch und Erde unterwegs. Hast eine erwachsene Tochter und ich freue mich jetzt einfach, eine halbe Stunde Zeit mit dir zu verbringen, um wirklich nochmal zu hören, wie dieses Projekt hier, dieses Ökodorf so entstanden ist. Ja, also vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Wie lange lebst du schon hier? Und in welcher Phase bist du denn eigentlich nach Siebenlinden und zum Ökodorf-Projekt gekommen? Ja, hallo. Ich bin 1996 zum ersten Mal nach Siebenlinden gekommen. Ich habe damals in einer kleinen Gruppe daran gearbeitet und an der Suche nach einem geeigneten Platz, an dem wir ein Ökodorf für 300 Menschen aufbauen können. Ich kam aus einer Lebensphase, also in den 80er Jahren hat man viel von fünf vor zwölf gesprochen. Das war eine Zeit, wo man so diese Dringlichkeit gespürt hat, dass wenn man jetzt nicht mit konsequenten Maßnahmen voranschreitet, dass tatsächlich die Klimasituation sich immer mehr verschärft, dass unser Konsumverhalten, dass es einfach in eine ganz schwierige Situation führt. Und es war sehr anstrengend, damals all diese Informationen zu haben. Ich war auch aktiv bei Robin Wood und ich war aktiv bei den Grünen. Ich durfte in der ökologischen Stadterneuerung arbeiten, aber das war alles so ein Gefühl von, das reicht nicht aus und zu uns sehr war es davon geprägt, gegen etwas zu sein. Und von daher war mir dieser Gedanke, ein Ökodorf aufzubauen, das war eine große Erleichterung, weil es dieses Gefühl gab, endlich für etwas zu sein, alle Maßnahmen, alle ökologischen Instrumente an einem Platz zusammenzuführen, eine Gemeinschaft, die sich da drin erfährt, in ihren ökologischen Fußabdruck voranzuschreiten. Das war einfach ein großes Ziel und für uns war es erst mal nicht einfach, an diesen Traum zu glauben, weil nach dem Baugesetz war es nicht möglich, einfach ein neues Dorf in Deutschland zu gründen. Und von daher haben wir hier dann in der Altmark nach einer Gemeinde gesucht, die mit uns den Bebauungsplan aufstellt und haben dann 1996 Popau gefunden. Ja, da habt ihr 1996 Popau gefunden. Dann beschreibt doch mal, wie das hier aussah. Also ich kenne nur einige alte Fotos und Filme und das war ganz anders als heute. Was hast du vorgefunden? Es war alles andere als ein Traumort. Es war hier eben hauptsächlich Monokultur Kiefer, es war Monokultur Agrarwirtschaft. Aber für uns war es der Ort, an dem wir eine Gemeinde gefunden haben, die mit uns den Bebauungsplan aufstellen. Von daher waren wir jetzt gar nicht so anspruchsvoll, was das Gelände angeht. Und das war erst mal auch gar nicht so ermutigend, was wir hier so an Gelände gefunden haben. Aber es war ein großer Traum, in diese Realisierung zu gehen. Von daher haben wir da auch nicht nach Bergen oder Flüssen und Seen gesucht, sondern waren erst mal froh, dass uns diese Möglichkeit gegeben wurde, in die Realisierung zu gehen. Ja, da habt ihr aus dem Nichts ganz schön viel geschaffen. Was hat dir denn damals den Mut gegeben, dein altes Leben aufzugeben? Und wie sah das überhaupt aus? Wir haben ja erst mal in Großschüden ein Projektzentrum gegründet, also drei Jahre, bevor wir dann hier diesen Ort gefunden haben. Und das war davon geprägt, dass wir einen alten Hof umgebaut haben, um eben auch Vertreter aus der Landesregierung und auch aus dem Altmarkkreis einzuladen, um unsere, von unserer Idee überhaupt zu überzeugen. Das war schon im großen Teil eine sehr chaotische Phase, weil wir uns da als relativ kleine Gruppe in Teilen eben auch überfordert haben. Und es war immer wieder schwer, auch an diesen Traum dann zu glauben, dass wir tatsächlich ein Dorf gründen können. Ja, das war eigentlich die größte Herausforderung, immer wieder sich darauf zu besinnen, dass es jetzt notwendig ist und dass wir diese Möglichkeit doch bekommen werden. Und hast du damals deinen Job hingeschmissen und du hattest ja auch dann ziemlich bald ein Kind. Wie konnte das alles gehen, alles hinter sich zu lassen? Also für mich war einfach die große Erleichterung, für etwas sein zu müssen, weil selbst in meinem Job musste ich damals immer gegen alte Vorstellungen und die kleine Spur von Ökologie kämpfen. Und das war einfach sehr, sehr anstrengend. Also diese Kombination von die Details zu wissen, was getan werden muss und zu sehen, wie wenig damals umgesetzt werden wollte in Politik und Verwaltung. Das war so schmerzhaft, dass es mir nicht schwerfiel, aus so einem sicheren Angestelltenverhältnis auszusteigen. Also für mich war es erstmal große Erleichterung für so einen Traum gehen zu dürfen. Dann hattet ihr das Gelände hier gefunden. Und wenn wir heute sehen, es gibt verschiedenste Häuser, es gibt Betriebe, es wohnen hier 150 Menschen und es ist so viel entstanden. Vielleicht beschreibst du mal kurz, wie seid ihr damals gestartet und wie wächst das Dorf heute oder zu dem heutigen Status? Also wir haben in diesem Bebauungsplan festgelegt, dass wir 300 Menschen werden. Bei 300 Menschen hatten wir die Vorstellung, da kann sich noch jeder mit bei Namen kennen. Das ist noch eine relative Überschaubarkeit, soziale Kontakte. Und wir haben dann die Wohnungsgenossenschaft gegründet und heute finden sich Gruppen zusammen, die gerne zusammen ein Haus planen wollen. Die können das mit der Wohnungsgenossenschaft machen oder einen eigenen Verein gründen. Es haben sich dann sehr viele Betriebe gegründet. Es hat sich die Gärtnerei strukturiert. Es ist letztendlich alles, was hier entsteht, entsteht durch die Menschen, die hierher kommen, die ihre eigene Vision mitbringen, ihr eigenes Engagement. Also jede Idee braucht die Menschen, die sie umsetzen. Und letztendlich waren immer alle Ideen willkommen, wenn Menschen bereit waren, sie in die Realisierung zu bringen. Also alles, was ökologisch, nachhaltig an Betrieben, an Ideen da war, war willkommen. Und so ist es langsam gewachsen. Und wir haben unsere Entscheidungsstrukturen einige Male verändert, eben auch angepasst an unsere Größe. Also wir waren ja am Anfang nur 20, 30 Personen, haben dann noch die Idee vom Konsens gehabt. Dann sind wir in eine Phase gekommen, wo wir gemerkt haben, es passt mehr die Mehrheitsentscheidung zu uns. Also so passen wir auch unsere Strukturen immer wieder unserer Größe an. Und das finde ich auch eine interessante Entwicklung in Siebenlinden, dass wir schon einiges von Anfang an festgelegt haben, aber dass wir eben auch mit dem Wachstum und mit den Menschen, die hierher kommen, immer wieder neu schauen, was kann verändert werden, was kann verbessert werden. Und das macht es eben auch zu einem lebendigen Organismus. Ja, wir sitzen ja hier im Amphitheater. Hinter uns sind so bogenförmige Stufen. Also man kann es sich eigentlich vorstellen wie so ein klassisches Amphitheater. Zuschauerreihen, alles Gras bewachsen. Die Bühne ist auch eine etwas erhobene Grasfläche. Die Bühne ist hinten abgegrenzt mit so einer geschwungenen, aus Holzplanken erstellten Wand. Mit einem kleinen Aufgang auch für eine Darbietung kann man sich so vorstellen. Ja, wie ist denn dieses Amphitheater zum Beispiel entstanden? Sicherlich auch nicht aus dem Nichts. Da haben fleißige Hände mitgewirkt. Ja, wir wollten, wir sollten gleich von Anfang an einen Feuerlöschteich anlegen und der Erdaushub von dem Feuerlöschteich, der wurde dann hier in diesem Halbrund aufgeschüttet. Dann aus dem DDR-Straßenbau gab es diese Recycling-Betonblöcke, die jetzt hier diese Sitzterrassen sind. Und so ist es so ein Ansatz von Permakultur, eben mehrere Funktionen miteinander zu verbinden. Und es ist ein wunderschöner Ort bei unserem Sommercamp. Es ist genau der Platz für circa 300 Menschen hier im Freien zu sitzen. Es ist ein total schöner Begegnungsort für ein Konzert. Und ja, es ist einfach so ein Freiraumgestaltung, ein lebendiger Erlebnisraum geworden. Ja, die Atmosphäre ist auf jeden Fall sehr schön. Und die Segel, die hier gespannt sind, um vor der Sonne zu schützen, das macht alles echt eine schöne Atmosphäre und eine besondere Akustik auch. Also ich glaube, wenn man hier auf der Bühne vorne spricht, dann können die Zuschauer, Zuschauerinnen sehr gut hören. Ja, das heißt, Siebenlinden ist auch ein Ort, wo man sich gerne trifft, wo man viel zusammen ist, wo Gemeinschaft entstanden ist. Hast du dir das so vorgestellt, dass das Zusammensein, das Gemeinschaftliche mal so wichtig werden wird hier? Tatsächlich habe ich mir eher vorgestellt, dass unsere Herausforderungen diese ökologischen Maßnahmen sind, die Finanzierung von diesen Häusern. Wir bauen ja im Schnitt alle anderthalb Jahre ein großes Strohballenhaus, wo viel Geld in die Hand genommen wird. Tatsächlich sind diese baulichen und praktischen Sachen wie der Garten, das erscheint etwas, was uns sehr leicht gelingt. Und die größere Herausforderung ist diese wachsende Gemeinschaft. Also wir verändern uns ja jedes Jahr, wir wachsen jedes Jahr und wir sind alle geprägt von dieser Kultur als Individuen und Gemeinschaft will gelernt sein und auch vor allem in dieser Größe, also sodass wir das Individuum mitnehmen und gleichzeitig aber auch im guten Kontakt sind. Und dass es nicht jetzt in dieser Größenordnung eine Anonymität gibt, dass wir einfach auch in unseren Prozessen sind. Das heißt, wir sind alle immer wieder gefordert, dass was im Außen sich schwierig anfühlt, da wo Konflikte auftreten, die Eigenverantwortung zu übernehmen, sich Unterstützung zu holen, um Gespräche so begleiten zu lassen, dass man tatsächlich auch daraus lernt, an diesen Herausforderungen, an diesen zwischenmenschlichen Begegnungen, dass wir nicht im Vorwurf stecken bleiben, sondern im besten Fall in der Selbsterkenntnis und in diesem Entwickeln von Freundschaften. Ja, das heißt, die ökologischen Ideen brauchen auch das Miteinander, das gute Miteinander. Befeuert sich das dann auch gegenseitig? Also würdest du sagen, die Menschen hier, dass es leichter ist als Gruppe, wirklich Nachhaltigkeit zu leben? Also Nachhaltigkeit zu leben ist auf jeden Fall viel leichter. Also alleine schon, dass wir hier durch den Gartenbetrieb, dass wir regionale Produkte anbauen, dass wir durch den gemeinsamen Einkauf viel weniger Verpackungsmüll haben als im kleinen Haushalt, dass wir unsere Autos Carsharing haben, dass wir, dass viele von uns an einem Platz wohnen und arbeiten und dadurch, auch dadurch einen viel kleineren ökologischen Fußabdruck haben oder auch durch die Bauweise unserer Strohballenhäuser. Also es ist, viele Dinge im Alltag machen es viel leichter, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern können und das ist eigentlich die Entspannung im Alltag. Das ist eigentlich das, was uns richtig unterstützt und für mich persönlich auch eine große Erleichterung, meinem politischen Anspruch gerecht zu werden. Ja und wenn du so denkst, wie lebt es sich heute hier, auf welchem Luxusniveau ist Siebenlinden so angekommen und wie habt ihr, wie seid ihr damals gestartet? Hast du dir das so vorgestellt? Kannst du das mal so ein bisschen nachzeichnen? Also tatsächlich erlebe ich unseren Alltag hier als ökologischen Luxusalltag, also jetzt sowohl von der Versorgung in allen Teilen und unsere Anfangszeit, die war einfach sehr chaotisch. Wir haben uns zu dritt, manchmal sogar zu viert einen Bauwagen geteilt und wir haben ihn wirklich, also wir haben drei Jahre renoviert und haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, unseren Alltag in so einer Form zu gestalten, dass wir in Ruhe an der Entwicklung von diesem Traum arbeiten können. Also ich empfinde auch unsere Situation hier, Siebenlinden liegt in einem Teil der Altmark, wo man wirklich auch nachts keine Geräusche hört. Das ist schon absoluter Wohnluxus, den wir haben. Ja und damals habt ihr ja eher so einen verfallenen Restbauernhof vorgefunden, wenn ich so die alten Bilder anschaue. Wie seid ihr das angegangen? Also wie war der Startschuss, um hier einfach wirklich auch materiell, wohnmäßig erstmal Boden unter die Füße zu kriegen? Also das war schon Überforderung auf allen Ebenen. Wir waren ja eine relativ kleine Gruppe, wollten den Hof sanieren, gleichzeitig die Ökodorfplanung voranbringen, gleichzeitig den Kontakt mit Politik und Verwaltung aufnehmen. Das war eben auch die Phase, wo wir drei Jahre lang nicht wussten, ob wir überhaupt jemals diesen Bebauungsplan genehmigt bekommen. Das war schon sehr anstrengend. Und jetzt sind unsere Herausforderungen auf einer ganz anderen Ebene. Wir haben jetzt eine sehr große Gruppe, dafür zu sorgen, dass wirklich alle miteinander in Kontakt sein können, sich noch mit dem Projekt verbunden fühlen. Heute arbeiten die Menschen viel mehr in einzelnen Teams, haben so ihren strukturierten Alltag. Also ich kann diese Phasen kaum vergleichen. Also das ist schon eine sehr, sehr privilegiertere Situation, in der wir jetzt leben. Im Regiohaus oben habe ich so die Fotos gesehen von dieser Gesellenbaustelle. Da muss doch am Anfang mal ein ganzer Sprung Handwerker und Handwerkerinnen hier vorbeigekommen sein. Wie hat sich das zugetragen? Ja, das war die Gesellenbaustelle. Das waren fast 100 Gesellen, die hier mit angepackt haben. Das war eine super Stimmung. Das war auch so eine richtig tolle Aufbruchzeit. Das war auch die Zeit nach der Genehmigung vom Bebauungsplan, wo dieses Gefühl da war, wir können jetzt alles schaffen, alles ist möglich. Und es war auch immer wieder toll zu spüren, wie viele Menschen uns unterstützen, wie viele Menschen mit dieser Idee verbunden sind. Also selbst am Anfang in diesem Projektzentrum, wo wir nur wenige Menschen waren, waren immer sehr viele Menschen aus Deutschland, aus dem Freundeskreis, die uns in einzelnen Maßnahmen auch immer wieder unterstützt haben. Und das ist heute auch noch zu spüren. Das ist echt ein schönes Gefühl. Ja, ich höre viel Unterstützung. Diese Baustelle der reisenden Handwerkerinnen. Kannst du sonst noch Meilensteine erinnern aus diesen? Also was sind aus deiner Sicht so in den 24 Jahren noch einfach ja auch Sprungbretter gewesen, die das Ökodorf weiter vorangebracht haben? Also für mich persönlich war es tatsächlich ein super Moment, als ich von unseren Kindern, also meine Tochter ist ja im Projekt geboren und aufgewachsen, als ich von den Kindern gehört habe in der Pubertät, dass sie eigentlich unsere Werte ganz okay finden, nachdem es erst mal so mit zwölf, dreizehn haben sie sich gefragt, ja, wieso haben wir so andere Toiletten und haben doch einige Dinge merkwürdig gefunden. Und dann ging das so schnell, dass sie diese Ideen und unsere Werte geteilt haben und selbst solche Sätze gesprochen haben, wie wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich auch hier leben. Das fand ich sehr berührend. Also das war für mich ein richtiges Highlight. Ja, wenn die eigenen Kinder die eigene Vision teilen, das ist natürlich was ziemlich Großes und einem bestätigen, dass man ein Projekt aufgebaut hat, das einfach Zukunft hat und ja, eine Hoffnung für die Zukunft sät. Das kann ich als Mama sehr gut nachempfinden, dass sich das berührt und bestärkt auch, ja. Ja, hast du denn konkrete Punkte überhaupt, die das Ökodorf jetzt auch angesichts von Klimakrise, Artensterben und so weiter in die Welt rausgibt? Also Antworten, die du deiner Tochter mitgibst, die jetzt auch mittlerweile ausgezogen ist, hinaus in die Welt gegangen ist, einen Beruf lernt. Für diese, ja, was hat das Ökodorf an dieser Stelle aus deiner Sicht? Also ganz konkret haben wir einfach diesen kleineren Fußabdruck zu liefern, weil, und auf der anderen Seite haben wir hier eben auch im Sommer ein attraktives Leben, sodass wir unsere Fernreisen auslassen. Also im schönsten Fall sind wir hier mit dem Fahrrad unterwegs. Ich finde, dass diese menschlichen Kontakte eben auch dazu führen, mit einer anderen Zufriedenheit im Alltag unterwegs zu sein und das Glück jetzt nicht in Übersee zu suchen, sondern hier in den kleinen Dingen zu finden. Und dieser Platz ist einfach wunderschön geworden. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist er in zehn Jahren noch schöner. Und einfach zu merken, wie wir uns gegenseitig auch darin unterstützen können, an unserer Nachhaltigkeit dran zu bleiben. Also noch weiter unsere Mobilität zu reduzieren. Und ja, es ist einfach auch immer wieder ermutigend zu sehen, wenn neue Ideen kommen, wenn Menschen Maßnahmen bringen, die wieder dazu führen, den Fußabdruck zu reduzieren. Das ist, für mich ist das eine ganz große Erleichterung in meinem Verantwortungsgefühl. Ja, ich höre, dass es dir hier gelingt, irgendwie wenig zu haben und trotzdem viel Glück zu empfinden und eine hohe Zufriedenheit. Auf jeden Fall strahlst du, wenn du das so sagst. Und was gibt dir denn vor allem die Kraft, hier dran zu bleiben? Denn 24 Jahre, drei Jahre noch im Vorläuferprojekt, das ist dein halbes Leben. Und das finde ich einfach beeindruckend, wenn jemand so lange dabei bleibt. Wie tankst du auf? Wie motivierst du dich? Was sind deine nächsten Sprünge? Also Siebenlinden ist einfach auch meine Heimat geworden. Meine Freundinnen leben hier. Also das, das ist einfach so eine Tankstelle. Dann habe ich hier einige Orte, wo ich richtig auch Energie bekomme, die ich gerne besuche. Hier der Alte Weiher, die Heimbuche. Wir haben hier so ein kleines Quellgebiet. Also das sind so Orte, die sind für mich richtige Tankstellen. Dann auch zu sehen, wie sich hier, ja, wie sich das ganze Gelände verschönert und wie es kleinteiliger wird. Und für mich ist das einfach eine ganz große Erleichterung zu sehen, dass wir in Teilen geben und nicht nur nehmen. Das entspannt mich im Alltag. Und das gibt mir eben auch dieses Gefühl, ich wüsste jetzt gar keinen anderen Ort, wo ich, ja, wo ich mehr ankommen könnte. Ja, mir fällt auf, du sprichst öfter von Erleichterung und auch von Notwendigkeit, die du empfunden hast, das Ökodorf zu gründen. Hat sich hier irgendwie auch so eine Art, wie das klingt so ein bisschen, als ob du in einem Druckkessel warst und unbedingt gemerkt hast, da muss etwas geschehen für dich und dass du halt aktiv werden musst, oder? Damals, vor 24, vor 27 Jahren. Ja, tatsächlich war das für mich, fing das an mit dem Studium. Also als ich in der ökologischen Stadterneuerung, eben auch all diese Inhalte, all diese Details. Also es war ja vor 27 Jahren alles schon so eindeutig klar, was passieren muss. Und es ist ja nichts passiert. Im Gegenteil, damals hat man von Abfallvermeidung gesprochen und dann wurde erst mal der gelbe Sack eingeführt und noch mehr Abfallverpackungsmüll produziert. Und das war alles so schmerzhaft, diese Fakten zu haben, dieses Wissen zu haben und gleichzeitig zu sehen, es passiert nichts, beziehungsweise die Dinge werden noch verschärft. Und insofern, ja, es ist es für mich eine Erleichterung zu sehen, dass ich selbst in meinem Alltag etwas tun kann, um zumindest etwas zu reduzieren, also meinen Fußabdruck zu reduzieren und das mit anderen Menschen zusammen zu machen. Das macht schon Mut. Also das gibt schon das Gefühl, es passiert etwas Relevantes. Ja, das heißt, das Ökodorf ist keine Insel, ist kein Rückzugsort, sondern es ist deine Wirkungsstätte geworden. Und das merkt man dir deutlich an. Es ist einfach der Platz, wo du der Welt etwas gibst letztendlich auch, in dem du auch teilhaben lässt. Es gibt ja auch viele Gäste hier und viele Inspirationen, die so rausgehen. Was sind denn deiner Meinung nach die nächsten Schritte jetzt so fürs Ökodorf? Das, was rausgehen soll in die Welt oder das, was hier an Entwicklung vor Ort noch ansteht? Also unser ökologischer Fußabdruck, da ist noch Luft nach oben. Das wende ich schon mal toll, wenn wir den wirklich dahin bekommen, dass wir selbst sagen, ja, da haben wir unsere eigenen Ziele erreicht. Und das, wenn wir der Region noch mehr zurückgeben könnten. Also zum Beispiel, wenn in der Altmark sich noch mehr biologische Betriebe ansiedeln würden oder nachhaltige Betriebe. Gleichzeitig haben wir ja hier auch Herausforderungen wie diese Giftmülldeponie hier acht Kilometer entfernt in Brüchau. Wir haben auch andere ökologische Herausforderungen, wo ich denke, dass es eben wichtig ist, dass wir uns über unsere Grenzen hinaus engagieren. Und ich hoffe auch, dass wir den Gästen, den Seminargästen, dass wir ihnen auch Impulse mitgeben für ihren Alltag. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man eben auch in den Städten sehr ökologische Maßnahmen ergreifen kann. Eine Food-Koop, wo man einen Biobauern eine gesicherte Abnahme gibt oder auch Carsharing beziehungsweise in der Stadt einfach auf das Fahrrad umsteigt und auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Und wenn sich Menschen in den Städten zusammentun, in Gruppen, wo sie sich da gegenseitig unterstützen und auch in ihren Schritten stärken, ja, das hoffe ich einfach, dass wir da Impulse mitgeben können. Ja, da hört man noch sehr die Stadtplanerin, die jetzt hier auf dem Dorf ist und wieder ausstrahlen möchte in die Region und auch in die Städte. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, dass das Ökodorf einfach wie ein kleines Modell ist, wo wir selber lernen dürfen, die hier leben, aber auch ausstrahlen dürfen und teilhaben lassen dürfen. Ja, nun sitzen wir ja hier zu einem sehr besonderen Moment. 14 Monate Corona-Krise liegen hinter allen, auch hinter dem Ökodorf. Wenn du da jetzt nochmal den Blick zurückschweifen lässt zu diesem Gründungsimpuls bis zum heutigen Tage, was sagst du denn jetzt dazu? Ja, erstmal stelle ich fest, dass es tatsächlich fünf nach zwölf weitergeht und dass wir viel dazugelernt haben, was wir nutzen können. Und ich hoffe, dass viele Menschen den Mut haben werden, das, was sie an Wissen haben, konsequent in die Welt zu bringen und auch den Mut haben, auf Konsum zu verzichten, um einfach festzustellen, dass weniger mehr ist und dass man mit weniger auch glücklicher sein kann. Auf jeden Fall, die Welt dreht sich weiter und ich danke dir einfach für alles, was du eingebracht hast in das Gespräch, auch für deinen langen Atem in dieser langen, langen Ökodorf-Geschichte. Da haben wir sicherlich nicht alle Herausforderungen aufgezählt, die so ein Projekt mit sich bringt, sicherlich aber auch nicht alle Glücksmomente. Ich hoffe, es geht gut weiter und vielen Dank. Vielen Dank, Simone.